Falls den Wissenschaftler ein Losfinsterer als alles Vorstellbare erwartet, brauche ich für die andere Seite des Tors einen Körper. Zu meinen Upgrades gehören eine Taschenkettensäge, Flammenwerfer, ein Käsemesser, ein Jazzklavier, ein Klappleuchter. Für den anschließenden Käsesnack. Ich weiß, wie sehr ihm der fehlen wird. Ich habe Entwürfe gezeichnet, aber der Wind hat die Pläne aus dem Drucker gepustet. Finde meine Entwürfe. Ein Spellfalke kann nützlich sein. Gute Arbeit. Kannst du ein paar der Computerchips von Seite 7 besorgen? Das Chipmodell findest du in Wächterschilden. Zerhacke ein paar und sammle die Chips ein. Die Chips werden mich zur coolsten Heldin machen, die absolut alle Leute lieben und anbeten werden. Ah, tut mir leid, ich hasse Abschiede. Sie bedeuten meist, dass ich bald einen neuen Freak begrüßen muss. Ich schätze, wir müssen lebwohl sagen. Jedenfalls, vorerst. Ich weiß nicht, was mit dem Wissenschaftler ist, aber ich werde ihn finden und retten und wieder herbringen. Und wenn es soweit ist, wird er sehen, was ich geleistet habe und mich endlich als Überlegen betrachten. Danke. Für alles. Du hast mein Leben verändert und... ...wirst mir fehlen. Sei vorsichtig da draußen. Oder lass es. Das ist lustiger. Musik 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 Musik